Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich bin's Kati und wir sind bei Türchen Nummer 7 angekommen. Wir haben einmal hier ein Weihnachtsquiz. Äh, Weihnachtsstory steht hier. Also ein Weihnachtsquiz, teste deine Weihnachtstauglichkeit. Ja, ich hoffe mal, dass ich weihnachtstauglich bin. Und was ist das? Welche Weihnachtsbücher hast du gelesen? Ah, okay, das kann man hier auch noch aufschreiben. Hier ist diesmal eine Anleitung, also eine Bastelanleitung für eine Girlande. Da habe ich auch schon mal was vorbereitet, das will ich mit euch zusammen ausprobieren. Man soll einen Filzstreifen, ähm, ich habe das jetzt nicht ganz so lang wie hier, aber ungefähr so vorbereitet, immer zwei Zentimeter Schnitte sind da drin, also zwei verschiedene Filzstreifen. Und hier sind immer so zwei Zentimeter Schnitte drin und das legt man übereinander. Und das probieren wir natürlich auch gleich aus. Ähm, und ich schaue aber vorher nochmal einmal hier. Lege das ausgeschnittene Türchen über dein ungelesenes Tageshoroskop und horche in dich hinein. Nicht spicken, was sagen die Sterne? Ach, nee, Horoskope mag ich irgendwie überhaupt nicht so gerne. Ich glaube, ob da noch irgendwas anderes ist. Der nächsten Seite. Lege Tannenzweige unter das Papier und pause ein Weihnachtsmonster durch. Ah, das finde ich cool. Das werde ich auch auf jeden Fall machen. Aber vorher, hier soll man das Ganze jetzt wisten. Entferne die Nadel. Achso, man soll das eigentlich mit einer Nadel hier vorne noch zusammen machen. Ja, das kann ich ja mal kurz machen. Also hier oben eine Nadel rein. Und jetzt soll das Ganze immer hier komplett durchgezogen werden, glaube ich. Also beide Farben zusammen. Beide Filzstreifen. Oh ja, das sieht ziemlich cool aus. Jetzt hier durch das nächste Loch auch wieder beide zusammen. Und hier dann am Ende auch noch. Ich finde, das sieht super cool aus. So sieht es von der Rückseite aus. Könnte ich mir auch total schön vorstellen, so als Armband. Vielleicht nicht aus Filz, sondern könnte man ja auch aus einem schönen Stoff machen. Oder vielleicht aus Kunstleder oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht noch als Weihnachtsgeschenk. Oder sonst als Dekoration. Ich könnte mir auch vorstellen, so ein kleines Glas. Und dann wickelt man das einmal so rum. Und dann kann man das sogar einfach mit einer Nadel feststecken. So als Dekoration. Also da kommen mir direkt ein paar coole Ideen. Finde ich, ist eine super coole Technik. Vielleicht wollt ihr das auch mal ausprobieren. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefällt. Lege ich erstmal hier hinten in den Hintergrund. Und jetzt werde ich mich erstmal testen. Also, wie heißt der Ziehvater von Jesus? Josef. Welches Tier begleitet die Eltern auf ihrer Reise? Ähm, ein Esel. Wo kamen die Eltern her? Also aus Düsseldorf kamen sie nicht. Und die wollten ja nach Jerusalem laufen und kamen aus Nazareth. Weshalb mussten die beiden aufbrechen? Volkszählung, Hungersnot oder Jobwechsel? Also, die mussten zu einer Volkszählung nach Bethlehem. Und der Grund war folgender. Alle Leute sollten gezählt werden, aber im Geburtsort von dem Vater oder von dem Mann, von dem Ehemann. Und deswegen mussten die zusammen nach Bethlehem laufen, obwohl Maria hochschwanger war, um da gezählt zu werden. Okay, Volkszählung. Wo bekam das Pärchen eine Unterkunft? In einer Jugendherberge, in einer Bahnhofsmission oder in einem Stall? In einem Stall. Wie hieß der Erzengel, der den Hirten die Geburt Jesu verkündete? Erzengel Gabriel. Welches Tier war sehr wahrscheinlich bei der Geburt des Jesuskindes nicht dabei? Ein Schwein, ein Ochse oder ein Esel? Hm, also der Esel war auf jeden Fall dabei. Ich glaube, das Schwein war nicht dabei. Wann ist Jesus Christus geboren? Ja, an Heiligabend natürlich. Wer gehört nicht zu den heiligen drei Königen aus dem Morgenland, die dem Christuskind Geschenke brachten? Melchior, Manfred oder Balthasar? Manfred gehörte nicht dazu. Die heißen nämlich Melchior, Balthasar, Kaspar, Melchior, Balthasar heißen die drei. Welches Geschenk hatten die Könige nicht dabei? Möhre, Weihrauch und Moneten. Moneten hatten die nicht dabei. Die hatten Möhre, Weihrauch und Gold, glaube ich. So, jetzt habe ich also, ich schaue mal, hier unten sind die Lösungen. 1C habe ich richtig, der heißt Josef. Dann 2B habe ich auch richtig, der Esel war dabei. 3B aus Nazareth kamen die Eltern. Jesus von Nazareth heißt es ja auch manchmal. 4A, Volkszählung, da war ich mir auch ganz sicher. 5C, wo kam das Paar, bekam das ein? Ja, im Stall, stimmt auch. Dann 6B, genau, Gabriel hieß der. 7A, Wein. 8A, Heiligabend und 9B und 10C. 9B und 10C. Teste deine Weihnachtstauglichkeit und ich glaube, ich bin richtig weihnachtstauglich. Vielleicht habt ihr euch auch ein bisschen getestet. Vielleicht wusstet ihr irgendwas oder vielleicht wusstet ihr auch irgendwas nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr wusstet und was ihr vielleicht nicht wusstet. Gerne unten reinschreiben. Ja, und sonst, ich glaube, ach hier wollte ich ja noch ein Weihnachtsmonster machen. Ein Tannenzweig. Mal schauen, was ich da drunter lege. Ich habe keinen Tannenzweig, sondern so ein Stückchen Rinde, so ein Stückchen Baumrinde. Und das lege ich hier einfach drunter. Ja, doch. Ist ein richtig cooles Weihnachtsmonster geworden. Ich glaube, das kriegt noch eine Nase. Und hier, das ist schon so ein bisschen so der Mund. Ach so, das muss ja ein bisschen böse auch aussehen. So ein Monster, oder? Kann ja so ein paar verrückte Zähne noch hier kriegen. Und vielleicht hängt die Zunge hier noch so raus. Ja, das ist mein verrücktes Weihnachtsmonster. Und das war es dann auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt dran an unserem Adventskalender. Schaut natürlich auch in unseren Bastel-Adventskalender, wo Eva und ich uns jeden Tag gegenseitig etwas schenken. Also gebastelte Sachen oder schöne Kleinigkeiten, die wir uns gegenseitig gekauft haben. Also auf jeden Fall gerne da reinschauen. Und sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!